Hallo und herzlich willkommen zurück zu Castlevania 3, äh, Dracula's Curse, und, ja, wir befinden uns weiterhin in der Stage 5a, äh, 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 ich meine 5. Jedenfalls, ähm, auf der Easy-Route, und ich hab mir das Ganze jetzt nochmal angeguckt, um halt auch wirklich zu verstehen, warum ich's nicht geschafft habe bis jetzt, äh, in diese eine Passwort-Stage reinzukommen, die richtige, ähm, und es ist mir aufgefallen, es ist noch ein bisschen komplizierter als ich dachte, wir müssen nochmal Dinge tun, die ich, also wir müssen noch ein bisschen mehr tun als ich dachte, äh, das geht ja schon mal super los, jedenfalls, äh, aber dazu später mehr, also jetzt sind wir halt noch bei diesem Level hier, ich hab halt, äh, ja, das Level vor dem Schiff zum Beispiel hätte noch ein bisschen ausführlicher gemacht werden müssen, ich hab mich nämlich schon gewundert, warum eine Sache nicht da war, ähm, ja, toll, ich, da kann ich nichts machen, wenn das so kommt. Okay, ähm, ja, und weil ich halt gemerkt hab, dass da halt was fehlt, hab ich da halt jetzt nochmal nachgeguckt, und das Ergebnis ist halt tatsächlich das, was ich dachte, wir hätten tatsächlich die Stage 3 nochmal komplett machen müssen, und wir müssen Stage 5 nochmal komplett machen, weil nämlich für die Wege, die ich im Let's Play, also für die ich beim ersten Mal gezeigt habe, haben wir die Stages nicht komplett gemacht, das, das, der Teil danach gehört sozusagen noch zu den Stages, was halt echt verwirrend ist, ah, naja, ich weiß nicht, warum es jetzt Spiel so kompliziert aufbaut, man hätte auch ganz einfach sagen können, okay, hier, das ist dann halt diese Stage, und das ist diese Stage, oh nein, ja, also wenn du von der Stage kommst, dann bist du in dem Raum, und wenn du von der Stage kommst, dann bist du in dem Raum, und wenn du, und dann hast du die Stage entweder abgeschlossen, oder nicht abgeschlossen, und was weiß ich noch alles, so ungefähr läuft das ab, naja, äh, aber das macht ja nichts, das heißt bloß, dass ich noch mehr zu tun habe, als mir schon ohnehin bewusst war, aber das kriegen wir schon irgendwie hin, erst mal ist es wichtig, dass ich jetzt überhaupt diesen eigenen Weg schaffe, aber leichter wird's jetzt definitiv nicht mehr, ach, stimmt, ja, jetzt ist ja... muss ich beeilen... okay, jetzt bin ich schnell genug... so... ... ... Ah, ich dachte, er wäre ein bisschen weiter links. Verdammt. Okay. Dann halt nicht. Warum sollte ich auch volle Energie haben wollen? Ich könnte mir sagen, was er wollte, aber das Kreuz finde ich essentiell. Oh, das war knapp. Ja, jetzt knapp. Okay, gut. Ich habe mein Upgrade. Ich habe zwar nur noch einen einzigen Treffer, den ich aushalten kann, aber... Irgendwie wird er schon. Oh, cool. Wurde ich noch ran? Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich auch? Na, ich wollte nicht runtergehen. Ich hasse diese Treppen. Oh, nein. Ernsthaft jetzt? Davon wurde ich getötet. Leck mich doch. Ja, also... Dieses Spiel wird noch so lange dauern. Worauf habe ich mich hier nur eingelassen? Welcher Wahnsinn hat mich da geritten? Was soll... Ich habe den doch ganz eindeutig getroffen. Hör auf mich zu verarschen, Spiel. So. Okay. Wäre schön, wenn ich mal mit vollen Lebenspunkten nach oben kommen könnte. Ich weiß, es ist utopisch. Boah, ich habe diese Hoffnung trotzdem irgendwo. Bitte keine dummen Fehler machen. Okay. Das war zu erwarten. Wenigstens habe ich keinen Treffer kassiert. Leck mich doch. Hilfen, ich hätte keinen Treffer kassiert. Oh, nee. Ich könnte kotzen. Weil ich da diesen Zeitdruck praktisch hatte. Gehst du jetzt eigentlich immer so kurz, oder? Hey, jetzt geht das schon wieder kürzer. Guckt euch das an. Was für ein Arschloch. Das wieder. Besser. Oh, meine Fresse. Äh, ich habe schon wieder Zeit verloren. Es ist schon wieder einer da. Ich kann jetzt... Den kann ich nicht mehr ausweichen mehr. Das ist so dumm. Was soll ich denn da bitte machen? Als wenigstens nochmal Fleisch gebe. Aber nein. Nichts. 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 Komm, gib mir eine Zwei. Ich wäre euch echt sehr verbunden, wenn ihr ein bisschen freundlich in der Hinsicht werdet. Würde ich nicht. Oh, so eine nervige Fliege hier. Okay, letzter Versuch. Jetzt verschwinde ich einfach viel zu viel Zeit. Okay, dann lassen wir es halt. Wenn es nicht sein soll, dann soll es halt nicht sein. Oh, wieso ist denn so eine Fliege gerade mit ihrem ultralauten Zoom die ganze Zeit neben meinem Headset? Das kann ja aber nicht wahr sein. Das ist einfach nur penetrantes Ablenken. Nichts anderes. Was hab ich mir gedacht. Ja, gut. Scheiße. Ich hab mich verarschen lassen. Oh, Mann. Ich Idiot. Oh, meine Fresse. Das kann doch wohl nicht... Es kann nicht euer Ernst sein. Was zur Hölle? Diese Stage ist schlimmer als ich dachte. Mag vielleicht der Hartmut sein, aber das ist lächerlich gerade. Oh, Mann. Eigentlich ist die Stage nicht schlimm. Wahrscheinlich bin ich einfach noch schon scheiße. Das ist das Problem. Bestimmt ist diese Stelle einfach so easy peasy. Ich hätte es schon links schaffen können, aber nein. Jedes Mal irgendwelche Dummheitsfehler zu machen. Das ist es, was ich am besten kann. Oh, könntest du mal schlagen, wenn du schlagen sollst. Oh, das regt mich halt am meisten mit auf. Wenn Simon einfach nicht das... Oh, Trevor. Ja, das ist das Problem. Wer heißt schon Trevor? So einen Namen gibst du nur jemandem, wenn du ihn hasst. Wahrscheinlich haben die Eltern sich schon gedacht, der wird niemals mit einer Peitsche umgehen können. Den müssen wir Trevor nennen. Das ist doch wohl nicht dein verfickter Ernst. Du hast beide verfehlt. So. Meine Fresse. Okay. Natürlich drehst du jetzt früher um. Es ist doch zum Kotzen. Könnte meinen... Die machen das mit Absicht. Natürlich machen sie es mit Absicht. Das sind alles Arschlöcher. So. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Nach rechts laufen. Und viel zu nah. Ich kann mich halt auch nicht erinnern, dass die Sperre hatten. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist ein Hard Mode ohne Leading. Auch wenn es mir bis jetzt fast nichts gebracht hat. Ich möchte dieses Kreuz haben. Es tut mir leid. Okay, ich... Ich könnte mir mal rein rohnen. Okay, du bist nur ein Monat, der ich in den Haken verletzen kann. Ich würde mir so richtig tragen wollen. Das sind irgendwie mit der Predigt. Das ist wichtig, dass ich das machen kann. Ich hab die Titel. Ich habe das. Ich bin nicht richtig gefördreft. Oder halt wirklich gerne ein Upgrade für das Kreuz besitzen. Einen Versuch noch. Okay, dann halt nicht. Ich will auch keine Zeit verschwinden. Das ist das Problem. Ah, da haben wir es ja. So. Gut. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Gut. Okay. Wieso brauchst du denn drei Stufen, um einmal abzufeuern? Jetzt brauchst du wieder nur eine Stufe. Das kann ja aber nicht wahr sein. Ey! Er feuert einfach nicht ab. Okay. Oh, natürlich reicht das nicht, um hoch genug für die Peitsche zu sein. Das erwarte ich auch. Solche untopischen Dinge, wie dass man so hoch genug für die Peitsche ist. Das ist ja... Puh! Nein! Das geht mir so hart auf den Sack. Das ist doch wohl nicht dein verdammter Ernst. Okay. Das ist... Ja, ist mir jetzt egal, Mann. Wieso ist denn das zu niedrig für die verdammte Scheißflamme? So. Das ist doch ein schlechter Scherz. Ich erinnere mich gerade, wie es im Normal-Mode war. Ich glaube zumindest, dass ich mich erinnere, wie es im Normal-Mode war. Und das war definitiv nicht so arschig. Normal-Mode war... Waren die Dinger natürlich auch kacke platziert. Das waren auch so viele. Aber... Gerade die nächsten... Also die zweite Reihe... Also... Die auf der linken Seite da... Ich glaube, die waren genau andersrum platziert. Also praktisch das... Dass halt der untere schießt und der obere schießt. Sodass man genau dazwischen stehen kann. Hier sicher? Nein, natürlich nicht. Okay, schnell. Oder war das hier, dass ich das dachte? Ja? Ah, verdammt. Natürlich. Warum sollte auch der weiterhin ruhig bleiben, wenn er die ganze Zeit schon nicht geschossen hat? Drei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Dieses Level. Ich bin ja froh, dass ich wenigstens diesen Part mal Fortschritt hätte, aber... Ich sehe gerade, der Part ist eigentlich schon wieder fast vorbei. Dieses Level macht mich hier echt fertig. Oh, Mann. Das ist doch wohl ein schlechter Scherz mal wieder. Meine Fresse. Geht ja mal auf den Sack. Das ist einfach nicht zu fassen. Er strebt sich lieber nach rechts, als es so doch maßig bückt. Wenn es denn drauf ankommen würde. Hätte ich das Bücken einfach gedrückt gehalten, wäre nichts passiert. Aber nein. Ich dachte mir, nee, das sieht nicht so aus, als könnte ich mich da mit Bücken irgendwie behelfen. Und was war am Ende? Das hätte genau das gebraucht. So zum Kotzen. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt verstanden, wie ich das machen muss. Ich weiß noch nicht, wie ich damit klarkommen soll. Bin einfach nicht schnell genug. 1, 2, oh, ich habe ja beim ersten Mal getroffen. Okay. Okay. Okay Danke Mehr wollte ich gar nicht Also gut, ich meine mehr HP wäre immer schön, aber Ich bin schon so zufrieden, ganz zufrieden mit dem Ergebnis, was ich jetzt habe Yes Okay Wenn jetzt alles gut läuft Das sollte ich lieber nicht zu laut sagen Dann hätte ich jetzt eine Chance Ja So Okay Okay Stirb Okay Nein Stirb Gut Gut Ja Mhm Oh, ich habe kaum noch Zeit Oh Mann Ich habe nach unten gedrückt und es ist nach oben gelaufen Das ist unglaublich anstrengend Das ist unglaublich anstrengend Meine Fresse Schieß halt den scheiß, das scheiß Kreuz, Mann Oh mein Gott, ich lebe noch Oh mein Gott, ich lebe noch Nein Nein Wieso musste mich dieses Scheiß Teil erreichen an der Stelle Oh Mann Muss ich das alles wieder so machen Muss ich das alles wieder so machen Okay Irgendwie ist es geschafft Und So Eins, zwei Drei 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 Vier Fünf Sechs So Okay Okay, ich komme da nicht besser vorbei Ja, genau Ich muss natürlich zwei Treffer kassieren Geht ja nicht anders Okay 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 Uh Ne Also ganz ehrlich Ich weiß nicht, wie ich das machen soll Nicht mit einem HP Das geht einfach nicht Meine Fresse Das ist so ungeheuer schwer Ihr glaubt es einfach nicht Ihr werdet es nicht glauben Aber das ist halt wirklich so kackenschwer Okay Gut Beim nächsten Mal geht es dann weiter Bis dahin und ciao